Herzlich willkommen, hier ist unser Mitarbeiter des Monats, Stefan Ross. Und klein beigeben würdest du nie, da küssen dich ihre Lippen in Sekunden in die Knie. Das ist die Power einer Frau, sie bringt ein Herz und Leben. Man kann sie einfach nicht erklären, sich nicht dagegen wehren, will sie vor allem nicht entbehren. Das ist die Power einer Frau, das ist Geheimnis, es ist Magie. Sie lenkt die Erde und die Flut, sie tut unendlich gut, die Power einer Frau. Sie beschäftigt dein Herz und Kopf unaufhaltsam permanent. Sie inspiriert dich, sie beeinflusst, was du erfüllst und tust und denkst. Sie knackt den Pingo deiner Sehne, sie holt aus dir das Letzte raus. Mit ihren ganz speziellen Kräften weckst du über dich hinaus. Das ist die Power einer Frau, sie bringt dein Herz zu Wegen. Man kann sie einfach nicht erklären, sich nicht dagegen wehren, will sie vor allem nicht entbehren. Das ist die Power einer Frau, das ist Geheimnis, es ist Magie. Sie lenkt die Erde und die Flut, sie tut unendlich gut. Und die Power einer Frau macht den Spießer zum Desperado. Aus nem Fall ging nem Feiter, nem Zweifel, nem Macher. Warst du schon tough, macht sie dich tougher. Das ist die Power einer Frau, sie bringt dein Herz und Beben. Man kann sie einfach nicht erklären, sich nicht dagegen wehren, will sie vor allem nicht entbehren. Das ist die Power einer Frau. Was ist Geheimnis, es ist Magie. Sie lenkt die Erde und die Flut, sie tut unendlich gut. Die Power einer Frau. Sie lenkt die Erde und die Flut, sie tut unendlich gut. Die Power einer Frau. Sie lenkt die Erde und die Flut, sie tut unendlich gut.